Ich finde, das sollte ich auch. Weißt du, wie das klingt? Ah, Crap! Nee, das ist nicht Crap. Ah, nein! Herzlich willkommen, Leute, zur nächsten Episode Trouble in Terrorist Town. Und zusammen mit Marv zockt, Crap Swan, Nix, Grants und Vita Wolf. Hallo! Moin! Und Dalu natürlich. Wir spielen auf der Map, die NerdStuffTV für uns gemacht hat. Hier im Wasser hat er sich verewigt. Und die Map ist nicht besonders groß, aber dafür echt cool gemacht mit den ganzen Bildern. Lieber Herr NerdStuff, während des ersten Satzes, ich möchte mich bei dir erstmal herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, diese Map zu machen. Finde ich wirklich super. Aber nachdem ich quasi in jeder Folge dabei bin, würde ich mich wirklich drüber freuen, nicht hinten am Arsch der Welt in irgendeiner echten Spiegelverkehr an der Wand hängen. Ich mein, muss das sein? Ich hab jetzt gerade erst mein Aufnahmeprogramm gestartet und hallo. Hallo! Hi, Crapz! Kein Witz. Hallo! Ich hab's mal vergessen anzumachen, Mann. Ich bin's auf jeden Fall nicht, Crapz, weil ich hätte den runterschubsen können. Ganz dickes Danke, die Map ist super geil. Ja, die Map ist super auch von mir nochmal Danke. Ich find was cool, dass ich dich auch hier hänge. Da bin ich, da. Peng! Ey, hier, Vita hat auf Vita geschossen. Ich bin stolz darauf, dass ich diese Map geschafft zu haben. Hey! Wer ist hier hinten drin, der hat die Zeit drin. Hi, wer dem ist, wir nehmen gerade auf. Du bist live. Nicht Marv. Ich war's nicht Marv. Wer hat denn Vita jetzt erschossen? Bitte? Ah ja, ne, ne. Ich glaub, das war great. Nein, ich war's nicht. Aber ich wollte jetzt von Marv, bitte nicht töten. Ich war's wirklich nicht. Ich verspreche. Komm schon, komm schon! Was? Alles klar, mach's gut. Warum? Vita, Vita telefoniert. Auch gut. Die auch. Ich glaub' ich super heute. Da ist ein Mörder! Du Mörder! Ich Mörder! Ich Mörder! Ich Mörder! Da bin ich, da! Da ist mein Bild! Ah! Da, du jetzt gestorben? Ja, ein bisschen. Warum? Weil der Traitor ist. Ach so, scheiße. Bist du der andere, ja? Ja. Ah! Wo bist du denn? Ich hab'n, ich hab'n Geschenk. Bin oben! Okay, kommst du runter? Bye! Nein, komm doch doch hoch! Das ist... Gefällt mir jetzt nicht so. Aber warum nicht? Weiß nicht. Kannst du mir wenigstens sagen, wo der Halle gestorben ist? Nein, hab' ich vergessen. Hast du dafür ne komische Waffe? Ich hab' keine komische Waffe. Ich hab' keine komische Waffe. Ich hab' mich gut versteckt hier, das ist geil. Der hat keinen Schuss mehr drin, auch nicht mehr an dem! Oh, oh! 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 Glaubst du, das tut mir weh? Ich hoffe. Alter, wie ich mit dem Ding hier schießen kann, ne? Aua, du hast mich getroffen, das tut weh. Nein! Oh, keine Munition mehr. Ich auch nicht, warte, warte, okay, warte, okay. Oh, ich treff nicht. Doch, und wie? Doch. Alter, wie hast du mich denn da durchgetroffen? Ich hab deinen Kopf noch gesehen. Ich hab noch gesehen, wie Dane aus dem anderen Dings raus Sniper. Ey, 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 ich fand das mit dem Shuriken so geil. Wieso warst du denn unsichtbar, hä? Wieso, ich war in den Traitor-Raum. Ich war in den Traitor-Raum gegangen. Scheiße, hab ich mir nicht angeguckt. Nein, ich kauf natürlich eine Bebenfalle, leg die weg nach oben. Ich wollte ja, dass du hochkommst. Das ist halt so geil gewesen, weil Granz sagt, ja, wer ist denn da hinten drinne? Und dann läuft Marv und Granz da hin und da ist keiner mehr. Ja, nicht, weil ich wusste ja, dass da der Traitor-Raum ist, bloß Marv nicht. Und ich hab ihm versprochen, versprochen. Voll die Ahnung, ich kenn die Map. Heiliger. Kann man hier, oh Gott, der Traitor kann bestimmt was mit dem TNT machen hier, oder? Hat der eigentlich Marv's Bild vergessen? Ja, also Marv's Bild. Nee, ey. Hau ab. Ey, bin nütz. Also ich find das okay. Habt man Granz? Klar, dass du das okay bist. Ich find das gut so viel, was verstehe ich gar nicht. Was ist denn da jetzt anders? Ich bin kurz davor, mir die sinnlose Jump Gun zu kaufen hier in dem Level. Die Jump Gun, da kannst du in den Pool springen. Ich grabst dein Traitor-Menü. Ja. Dein Bild ist auch noch copyright-mäßig spiegelverkehrt. Ja, genau. Die ganze Packung hat er anlegen. Steht der Marv. Der hat auch noch nie geworfen. So, yo. Disco, Disco. Party, Party. Wow, was war das? Hallo. Die Crowbar. In dem Moment, in dem du springst und dann gekrowbart bist, fliegst du durch die Gegend. Wieder der Krabs. Könnte Vita sein. Und Granz. Conchida. Komm, die Map ist scheiße klein. Trotzdem siehst du kaum einen. Okay, da unten sind sie alle. Granz hier in der Ecke. Wer Granz in der Ecke? Was ist mit dem TNT los? Ich weiß nicht. StarCard so, den trau ich auch nicht. TNT wird geschossen. Ja, ich hab auf das TNT geschossen gerade. Nein. Nein. Es war mal. Es war mal. Ich wette, das TNT sollte bestimmt die Traitor-Falle werden, die leider auch nicht fertig beworben. Da zieht er die Shuriken. Der andere ist eh Vita, Leute. Wollt er mich nin... Ja, ist er, ist er, ist er. Ha, mit dem Shuriken. Ach, Ninja-Style, ey. Keine Chance. Leute, da stand er auf einmal in der Ninja-Haltung. Ja, da hat er mich so komisch angeguckt. Ja, Marfa auf einmal auch. Ich dreh mich so. Marfa, das ist besser. Ich wollte mich dachten, okay, jetzt kann ich die Shurikens rausholen. Und der Mensch sagt so, ha, und er hat die Shurikens gehabt. Nein. Was ein Idiot, er hat die Shurikens gehabt. Genau. Oh. Oh, Moment mal. Oh nein, ich hänge eine Granate von mir. Da würde ich einmal was anderes nehmen als den Standard. Die Shurikens sind hier voll cool, weil die Map halt so enge Gänge hat. Was passiert, wenn das TNT hochgeht, flieh ich dann wirklich alles in die Luft, weil das enorm viel ist. Alles. Das hat noch keiner geschafft, ja? Dieser rote Knüppel hier, was hat das wohl schon gemacht? Oh nein. Gramps. Ich muss die neuen Sachen zeigen. Ich muss die neuen Sachen zeigen. Die neuen Sachen. Damit es schon mal klar, Dalu ist. Detective Trader. Das ist ja ein super Jump. Hallo. Ja, geschossen. Was darf ich nicht vom... Wie Jesus über Wasser. Ich habe mir Kapuzenwurm zwischen die Augen geschossen. Na und? Und Juuuuhuuu. Denn dann hält sich das ja in Grenzen. Oh, jetzt schlägt das Gewitter auch bei uns auf, Dieter. Ey. Ich habe noch mal zwischen die Augen geschossen. Hä? So, wenn man mal auf die Jump kann, oder was? Ja. Wow. Den Reif schieß ich immer noch zu Schniehauen. Den Reif schieß ich immer noch zu Schniehauen. Komm ich denn da hoch? Oh. Hallo. Der Marf hat wieder geklaut, die Alkohol geklaut. Ja. Ich war hier unter der Marke. Das ist sinnfrei, ne? Ich glaube, ich habe mich auch so nach hinten schubst. Nefi, ich habe mich hier unten reingelegt. So. Kannst du einen auch wegschubst, Mammel? Schön, dass man den Kopf dann auf die... Ey, nur mich, aber guck mal, wie schnell ich eigentlich bin. So. Ich gehe mal hier hinten hin, wo ich in Ruhe umgebracht werde. Ja, ich will mich hier weghalten aus dem großen Raum. Sehr auffällig von dir wieder mal. Ach, du wieder. Du wieder. Ich gehe nur noch aufs Laufband. Aha, okay. Nefi, ich habe dir hier deinen Schnaps gebracht. Das war wirklich Vita. Nefi, Quatsch. Du hast nur den ganzen Garten gesehen. Dein Schnaps hier. Was ist hier? Vita, du schießt auf mich. Siehste, sag ich doch. Das ist Schnaps. Als ob ich hier runter kann zu bleiben. Hallo, ich sehe nichts mehr fast. Wenn da, wenn einer von den beiden da Traitor ist, Maff, hast du ihn gekillt? Glaub schon. Ah, sauber, Maff hat einen Traitor getötet. Ein Koffer, Diffuser. Ich habe noch nicht genug Points für den Heal-Kill. Nein. Ich bin auch stark angeschlagen. Oh, hier ist Glas getötet. Okay, Vita. Da steht er da unten. Mac-10, Mac-10. Oh, Granade. Ich häng in der Heiligen. Oh, tschüss. Ich wollte's. Wollte gar nicht. Fuck. Also, ich bin aufgeregt. Es ist eine ganz schön heiße Map, würde ich sagen, wa? Das kann ich dir aber sagen, Diff. Ich bin so aufgeregt. Wie viel Stich noch krieg. Oh, hier ist er nicht. Wo bist denn, Diff? Fuck, ey. Nein. Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht gesagt, dass Vita-Wolfel ist. Wir wussten es ja auch. Die Heilige war unter meinen Füßen und dann hingen die an meinem Schnürsenkel. Ich dachte, ich hätte Gwent erst nicht getroffen mit dem Päusendart. Ich wollte die doch schnell mit dem Makleto-Stick aufheben. Ja, Daniel, das war mal unfair von mir. Ich hab ein Kaugummi draufgeklebt. Ja, das war aber die perfekt gesetzte Granate, ey. Kombination des Grauens, ey. Nein, dann passiert sowas auch nicht. Klett ist einfach besser. Klett ist immer besser. Aha, sehr interessant, Marc. Sehr interessant. Oh, mit Bluetooth. Ganz interessant, ja. Klettest du nicht gern irgendwo? Granz hat was in der Hand. So, Leute, wollen wir ein bisschen boxen hier? Au! Aua, sagen sie. Aua. Papa. Ich bleib jetzt hier in der Ecke. Er ist da oben auf dem Bild. Ja, ich hab mich bei Marfa versteckt. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Ey, nicht außerhalb der Map verstecken. Außerhalb der Map. Hallo. Oh, Marfa hat mich gefunden, nur weil er wusste, was das ist. Nein, Granz! Lass doch die Tür. Behaltigst du denn, er weißt du, dass es geht. Das ist eine Traitorfalle in Ephias. Oh Gott, du bist tot. Das ist keine. Ach, schade. Der schießt lieber mal drauf, damit du sicher bist. Hab ich schon mal. Ich hab auch schon mal drauf geschossen. Ja, der schießt nochmal drauf. Okay. Da unten wurde geschossen. Oh, das geht kaputt. Hast du nur Dalu in der Hand. Dalu hat eine Heilige geschmissen nach Robita. Das ist so gut. Nefias hat alles kaputt gemacht. Ich hab das TNT defused. Ich bin der Retter, ich bin Inno. Ich bin der Retter? Was ist in den Kisten drin? Ach guck mal, Marf hängt auch hier. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Deck mich jetzt hier. Ey, was hat Marf denn für ein Logo? Das ist Nefias. Allein mit Lefias. Special Logo, ey. Das ist super. Bitte in der nächsten Map den Gag weiter behalten. Nein! Es ist echt... Es wird jetzt zum Running. Heiliger! Vita ist es. Ich hab gesehen, wie er die Heilige geworfen hat. Ey, hier, Marf. Ist er denn, er ist direkt One-Shot-Tot gewesen. Ja, er war doch direkt One-Shot. Er hat doch keinen Dead-Winger. War einfach tot. Hier ist ein bisschen auf die Handelbank, Leute, ey. Trau dich, Craps. Das ist nicht so hoch. Oh nein! Wir sind. Wer hat denn da gestunt? Was ist denn das Scheiß, Mann? Nur weil ich dich vom 3-Meter-Brett schubsen wollte, ey. Du musst dich auch mal überwinden. Wo hast du denn gestunt? Ich. Der stirbt. So bist du... Hä, wieso hast du das denn gemacht? Weil ich ihn vom 3-Meter-Brett schubsen wollte. Nein, ja, aber du musst ihn doch nicht... Er hätte ja auch aus Wasser springen können. Wer ist hier? Marvus Zockus. Hä? Grandson. Oh, er ist wieder tot, okay. Gott, was war er? Es ist Grand. Auf Marv wurde geschossen. Ja, ist ja eindeutig. Auf Marv wurde geschossen. Und Abdullah-Kart ist das nicht? Den Traitor gekillt, den ersten. Er ist im TNT-Raum. Alles klar, ich geh rein. Geht doch nicht, es brennt noch. Mir ist doch scheißegal. Nein, doch nicht. Aua! War warm. Wie lange brennt die Scheiße denn? Wird er auf die Tür hier zu? Was ist denn das für eine Traitor-Falle hier? Die verstehe ich nicht. Die eine unter Wasser, die ging nicht. Hat er nicht geschafft. Ach, ja stimmt. Leute, du bist aber hier gestorben? Ne, ich lebe noch. Ich bin gestorben. Aber wie? Keine Ahnung. Voll außerhalb der Spielzeit ist er gestorben. Der hat den Krampf bekommen. Viele seiner Knochen sind getroffen. Ich frag mich, was das hier sein soll. Welche geheime Voodoo. Welches Block hier? Ach so, nein. Was ist denn der Box-Dingens hier? Das ist doch hier der Fitnessraum. Hier kannst du boxen. Ja, hing nur nicht, weil er in der Luft fliegt. Da oben fehlt das Seil. Da oben fehlt das Seil. Seid mal nicht gänzlicher als der Papst, sonst wird dein Bild nächstes Mal in die Ecke gehängt. Die Leute kennen mein Bild jetzt wenigstens schon. Ja, endlich mal, ey. Warum schmeißt du Waffen weg? Werde hier bedroht von Viterwolf. Mal wieder. Werde hier bedroht von Nephias. Ach komm, wir haben uns noch niemals. Was? Ich hab auf die Bilder gezielt. Ach so, hab ich auf dein Bild gezielt. Ey, nicht ins Becken pinkeln. Entschuldigung. Nicht ins Becken pinkeln. Das Wasser ist mir zu kalt. Ich mach das mal heiß. Alter Vita, was hast du da? Du, dass das Feuer unter Wasser nicht brennt. Ich muss gleich mal kurz aufstehen. Und hier ein paar Sachen. Doch. Das brennt. Warum brennt das? Ein Milchshake, bitte schön. Das geht sonst nicht. Hier ist der Detective. Also ein Tier. Bananengeschmack haben wir da? Wut gesnipert oben, glaube ich. Ja, ich hab den Bananen-Shake runtergeschossen. Und wieso bin ich nur noch auf 74? Der Bananen-Shake? Ja, den hat Granz bestellt. Granz hat seine Blutung. Ja, weil Vita hat mich angesnipert, glaube ich. Ach, von wegen. Dahinten liegt eine Flasche ist weniger. Ich bin hier mit, äh, wer ist denn das? Ich bin das. Ach so, hi Granz. Ah, mit der Pampa noch. Wow, hier liegt C4. Raus hier, raus hier, raus hier. Dann war es doch Granz. Hä? Riech ich. Das hat schon schnell gepiepst. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Wo liegt er ungefähr? Ich muss in Sicherheit sein. Wir haben überlebt. Oh Gott, da in der Ecke ist ein großer Blutflasch. Jetzt ist er explodiert. Und oben wurde einer erschossen. Wer auch immer gerade nach oben ist mit der Pampa? Rieter wurde von der Bombe erwischt. Nee, und irgendeiner wurde gepumpt. Vorsicht, ich identifiziere ihn. Weggepumpt? Äh? Ist schon wieder der, der, der... Ey, nein, Dalu, der war hier durch die Bombe. Kannst kommen kommen. Aber du hast den anderen oben erschossen, mein Freund. Wo? Den in der Ecke, das Blut tropft runter. Ach, da. In der Ecke, das Blut tropft runter. Craps war das. Hier, hier. Nicht. Natürlich hast du ihn gekehlt. Nein, ich war es wirklich nicht. Ey, ich weiß, dass du es bist, aber du bist sicher. Bipi, Arsch. Und der andere ist halt Marv. Ja, ich gehe jetzt hier in den geheimen Gang. Marv und Dingen sind's. Ich bin's nicht, Leute. Warum? Alter, er schießt voll auf mich. Ja, weil du der Traitor bist. Warum? Weil, Grants und ich ist wahrscheinlich... Au, doch! Es ist... Ich schieß Marv ab, komm raus! Ich warte, bis Marv lebt. Ich hatte ne Geisel, du hättest ihn weggefallen. Hast du nicht gesehen, wie ich Craps erschossen habe? Keine Chance. Ich hab das ja gesehen. Ja, ich weiß aber, dass es Vita nicht gesehen hat. Er schieß genau gegenüber. Guck mal, hier steht, er wollte die Bombe entschärfen. Marv wollte die Bombe entschärfen. In der Pocket. Ja, ich hab sie gefunden. Ich war gar nicht Traitor. Ich hab sie gefunden. Doch, du warst Traitor. Natürlich warst du Traitor. Stand doch bei einem Ende. Überhaupt nicht. Was? Wenn das rot ist... So. Wenn unten links Traitor steht, musst du nicht die Traitor suchen. Aber war ein guter Zug, das C4 aus TNT zu legen. Geil, ne? Ja, ja. Wenn's rot ist, würde ich zum Arzt gehen. Also bei uns bricht gerade die Hölle los. Ja, bei uns auch. Geil. Das ist doch schön. Das ist schön, wenn das hier rüberkommt. Ich kleb da heute schon alles. Ja, müsste eigentlich dann zu euch kommen, wenn's eben Aachen war. Jetzt bei mir, dann müsste es jetzt so zu euch gehen. Detektiv Marvus. Wo die alle in meinen Raum rein? Wow. Nineshade hat einen Headshot bekommen. Mac Manus auch. Achso. Ich dachte... Das ist einfach so verlockend. Ich würde Mafia auch gerne einen geben, aber ich weiß einfach nicht, von wo ich da drauf schießen kann. Das ist ganz witzig, ehrlich. Bitte in der nächsten Match noch besser verschnicken. Am besten so'n anderes Bild da drüber packen, was man erst wegklicken muss. Ey! Das war ein Stunstick, oder? Was war das? Ich hab ihn nicht in einem Stunstick. Marv hat mich mit dem Stunstick geschlagen, der ist verboten. Der ist verboten, nicht mit Disco. Der ist wirklich verboten, weil er noch verbuggt ist. Deswegen. Weil der Traitor nicht wegschubst, oder wie war das? Ne, weil er nur bei Traitern funktioniert. Nein, eh nicht. Wenn der Traitor schlägt, unten wurde einer erschossen. Feuer frei. Unten ist einer tot. Feuer frei. Jetzt war ne Schotty. Grants hatte ne Schotty. Ich hab ne Schotty. Ja. Ich bin aber oben die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Warst du gar nicht. Hä, natürlich. Ich komm doch hoch. Ich stehe oben. Ich stehe oben. Ich war doch eben mit dir, Marv. Ach, Tatsache, der ist schon versteckt, der Mümmel. Der lebt auch noch. Ich lebe auch noch. Gibt's ja gar nicht hier. Ich fühl mich so alleine. Wow. Allein, allein. Allein, allein. Hier sind's alle. Die Fiesen. Wenn ich gleich wieder offline bin, ist der Blitz hier eingeschlagen. Da, da, hallo. Das ist mein Gott hier rum. Ja, ich muss auch ein bisschen Sorge vor, muss ich sagen. Ich schieße auf den. Der ist noch nicht da. Der war schön. Achso, doch. Richtig schöner Schuss. Boah. Henefi, das kommt. Disco, Disco. Boah, wenn weh. Bombe, Bombe im TNT-Raum. Bombe im TNT-Raum. Alle in die Dusche. Alle in die Dusche. Was sind denn die Dusche überhaupt? Juhu, yeah. Alle in die Dusche. Es gibt nur eine Dusche zu wenig. Grans. Hallo. Hi. Bist du sicher? Hier passiert nix. Ich, ja, ich bin mir sicher. Dann komm ich wieder rein. Soll ich gucken, gehen? Einer Traitor hat sie natürlich entschärft. Ja, war's. Sie ist hoch. Ich hab, ich hab nicht mal die Explosion gehört. Gibt's hier eigentlich noch irgendwo ne Pump oder sowas? Ja, im TNT-Raum. Du musst links um die Ecke. Ja, zeig mal, ja. Zeig mal. Jetzt musst du mit E aufmachen. Hier, ja. Da sind alle Waffen drin. Hene, die Bombe. Okay, hier hat's jemanden erwischt. Oh nein, der Detective. Ja, du warst nicht gut. Durch die Explosion. Ja, deswegen können die hier auf die Bombe 28 Minuten. Oh, Vita. Vita ist es wirklich. Renz auch. Krabs, lebst du noch? Nicht schießen. Doch. Nein, Krabs lebt aber noch. Der steht da rechts. Angst. Da, hinter dir. Ja, aber ich brauch nichts. Du mal. Fuck, Dead Ringer. Was? Nein. Aber von wo? Der Dead Ringer. Wo denn? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Sag doch mal. Ey, ich das nur wüsste. Ist er da oben? Hallo, wieso identifiziert denn niemand den im Wasser? Ja, weil... Er hat Parameter in mir. Weil wenn das jetzt schon ein Traitor war... Okay, dann ist ja doch noch einer. Ja, oder sind jetzt noch zwei da. Da müssen ja noch zwei sein. Vita und wer ist der andere? Da hat wer geschossen. Oh, ne. Jetzt mach auch mal was. Okay, dann ist es Krabs. Nein, ist auch nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Also, Vita war hier beim TNT-Raum. Wer von euch... Oh, na. Ui. Sauber. Sehr gut. Der Krabs. Puh. Der Wurst, der Poison, der daneben geschossen. Jetzt nicht mitgerechnet. Hat ich dich im Unsichtbar noch mal getroffen, Vita? Ja, hast du. Mehrmals. Ah, okay. Ich hab da auch voll gestackt. Ich wusste überhaupt nicht... Ich konnte nicht weglaufen von dir. Ich war an dir dran. Und hab mich mit dir mitgedreht. Aber hab dich auch nicht mehr gesehen. Ich war völlig imitiert. Eigentlich dachte ich, du bist es Grants, weil du das mit dem Dead Ringer beim ersten Mal nicht getrackt hast. Ich dachte, da ist es, weil er gesagt hat, da ist eine Bombe. Und hab ich gedacht, da gehst du noch zu. Ja, natürlich. Das sagt der Traitor auch immer. Das ist ja eine gängige Methode. Die anderen sind dran. Das machst du tatsächlich gerne, Mann. Das war so eine Traitor, das er schon mal gemacht hat, stimmt. Das Thema hatten wir doch schon mal. Du machst alles. Immer. Ja, aber das ist... Ich dachte, er ist Traitor. Er hat gesagt, da ist eine Bombe. Das ist ja auch dieses... Kein anderer anders macht am besten. Der Traitor. Der warnt die meisten Leute vor so. Ach, Abdullah Kart. Beim Abdullah Kart wissen wir nicht so genau. Ich sag, Krabs ist es. Ich sag, Dalu ist es. Ich sag, Marv ist es nicht. Marv ist es, weil er Detektiv ist. Bist du noch Gans? Das verdächtigt ja zum blauen Namen. Kann man da rein nehmen? Ja, da kannst du drunter so ein bisschen. Aber man sieht deinen Kopf dann durch den Tisch. Oh, das ist nicht cool. Nee. Uncool oder auch ungeil. Ungeil? Oder urgeil. Das geht so. Super geil. Richtig geil. Ich hoffe, Edeka bezahlt das auch wieder. Ich habe nur noch 25 HP. Wieso hast du so wenig HP? Ja, gerade in der Tür hab ich den Schaden bekommen. Hier ist doch mein Blut. Ja, das sehe ich, aber es hat niemand geschossen oder so. Nein, nichts war. Es war ein Messer, glaube ich. Ah, Messer, Grants. Grants ist es. Er ist immer noch mal rausgelaufen. Nein. Stopp, 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 stopp. Da muss ich Grants aber kurz in Schutz nehmen. Wenn du 25 HP hast, war es kein Messer. Bleib halt stehen. Das macht halt immer denselben Schaden und keine 75. Aber Grants haben hier vorbeigelaufen. Nein, bitte schön. Halt, Dalu, Dalu ist es auch. Dalu war es, der hat geschossen. Ich wollte jetzt auch nicht geschossen. Ich schieße auf Dalu. Ich verarsche. Die sind alle auf mich. Raps schießt auf mich. In die Eier. Und Dalu ist tot, wenn ich dann... Grants, Grants. Echt, Dalu ist tot? Ach, schade. Ich habe sie alle nur low bekommen. Drei Leute haben einen Shuriken im Rücken stecken. Scheiße, das ist mein Wahrer. Ja, der Detective heilt da gerade so schön. Ich stehe im Türrahmen, ziehe auf den Kopf. Und Grants sagt sie, oh, ich springe durch den Raum. Und fängt auch noch diesen scheiß Shuriken ab. Alles geplant, mein Leben für Marke. Ich hätte beide Shuriken. Hätte ich nicht nachladen müssen. Nein, oh, verdammt. Aber war geil. Ich stand oben auf dem Bild, habe da auch Dalu geschossen. Ich habe da auch von allen Richtungen Schüsse abgekommen. Ich sage nur, ich schieße auf Dalu, ich schieße mal so fünf Meter daneben. Ich hatte wirklich gehofft, da die beiden, die sich da umarmen, umzubringen. Und dann kommt der eine und fängt das scheiß Shuriken ab, ey. Teamwork nennt man sowas. Inno, Inno, ey. Grants hielt auf mich und ich bin hektisch. Ich bin auch Inno, ich hätte Vita direkt killen können. Ich glaube, Krebs, das ist immer noch Grants. Was? Immer noch Grants. Es bleibt Grants, es ist Grants, daneben nicht. Ich war im Traitor-Shop. Ja, ich habe es eigentlich gerade gesehen, so im letzten Moment. Habt ihr da trainiert oder was hier? Ja, ja, den rechten Arm. Marv und Krebs. Den rechten Arm. Habt ihr euch eigentlich alle angemeldet? Hier bei mir. Conchita. Pass bloß ob, du. Was ist das für ein... Was, ey, ich... Marv hat eine Brand geworfen. Ich... Was? Warum soll ich das gelesen sein? Ja. Weil du... Marv, du hast eine Brand geworfen, ich habe nur noch 50 AP, Krebs hat auch nur noch 50 AP. Wo ist Marv? Ja. Deswegen bin ich gegangen grad. Weil du sie geworfen hast und aus dem Raum gerannt bist. Wo ist er? Du... Au, 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 verdammt, ich bin auch ein Esel, ich bin ein Esel, so. Wo ist er? Ist Krebs tot? Nein. Nein, Krebs in der... Oh, mu. Oder? Ist Krebs tot. Wer war fast gestorben durch die Disco? Wer hat die jetzt geworfen? Nein. Wo ist er denn jetzt? Ich dachte, Marv ist oben. Ja, was ist hier? Wer verdächtigt denn jetzt hier wen? Ja, Marv ist Traitor, das ist keine... Schei... Au. Okay, es ist Vita. Nee, ich glaube, Nefis hat auch noch nicht geschossen. Nein, nein, hier, hier, hier. Nein, ich war das nicht, ich war das nicht. Wer... Ich hab den, der den Detective getötet hat, das war... Ja, Marv war ja eh klar, scheiße. Ich hab... Das war stylisch. Aber ich hab... Im Sprung hab ich mein Traitor-Menü geöffnet. Auf das Bild. Auf... Schlechte Ausrede. Ja. Wer denn, wer denn? Sag was! Nefis. Ich hab'n Shuriken! Oh, das bist du. Piu! Okay, er ist es nicht. Jetzt fahren wir hier. Ich hole ihn mit der Krober. Lenk ihn ab! Mit einem Schuss? Was war das? Scout. Genau zwischen die Augen. Genau Zufall. Am Marv war der andere war klar, oder? Ja, nach der Brand gerade war es von mir. Ich hab gesehen, wie Nefis dann glaub ich auf dich geschossen hatte. Die war so gut da reingerollt. Ja, die... Ich dachte wirklich, ich hüpfte einfach hin und auf einmal krieg ich 50 Damage. Weil wenn du wirklich draufstehst, kriegst du von der Brand auch 50 Schaden. Das ist eigentlich voll geil. Und dann der erste Name, der dir einfällt, bin ich? Wieso? Weil du bist mir doch entgegengelaufen. Ich bin doch in den Raum rein und du raus. Halt, ich bin in Lüge. Das ist, äh, true story, ey. True story? True story, bro. Das ist ja nicht in welchen Büchern du liest. In meinem steht das nicht so. Ja, in deinem Zauberschmöker. Alter, voll am Kopf gemacht. In meinem Zauberschmöker, pass mal auf, ey. Mav und der Zauberwald heißt es. Tauberschmöker. Zauberschmöker, ja. Da stehen alle Geschichten, die jemals aufgeschrieben wurden. Alle. Alle. Ja, ja, ja. Da, Luca, wieder mal. Was machst du hier? Für den Traitor-Raum. Papier, Papier heben. Achso, mach mal auf. Mav hat ihn geöffnet. 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 Mav ist ein Traitor. Mav, ey. Mav, ey. Wo ist er? Wo ist der? Im Traitor-Raum. Wo ist der? Beim Fitnesscenter. Mav? Das ist jetzt nicht da, wo das mir das letzte Mal gibt. Ey, was ist das für ne Granate? Er mit seinem scheiß Schubelkünstler. Scheiße, wo? Vita ist frei zum Abschluss. Vita ist tot. Und Mav ist im Traitor-Raum. Echt? Ja. Was ist, wenn's Mav gar nicht ist? Ehe ist er in den Traitor-Raum reingegangen. Das ist sehr verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Mav ist so süßig. Ah, fuck. Wieso bist du denn dann reingerannt? Weil da Waffen drin sind. Ja, sorry. Das Ding ist... Bist du da immer noch drin? Ja, hallo. Der kommt ja nicht mehr raus. Das war so gut. Ich hab's dir aufgemacht. Mav rennt rein und sagt auch nix. Ja. Ah, Mann. Das war gerade wieder so ne Scheiß-Situation. Gren steht da alleine. Ich denk mir, geil. Rücken zu mir. Hallo. Gib die Waffe ab, Grens. Nehmen wir dreht er sich um. Ich bin Detective. Mav, ey. Das war der geilste Zug des Tages, ey. Ich war sicher. Also, du hättest reinkommen müssen. Der Traitor hättest du nicht danach schön... Er hätte auch ne Bombe davor liegen können. Das wär mies gewesen. Boah, ey. Verratet ihr nicht solche Tricks. Das hätt ich vor gehabt, wenn das geklappt hätte. Aber hat's ja dann nicht mehr. Wirklich ein ganz spektakulärer Trick. Never seen before. Ja. Solang der Raum nicht so sicher ist wie die Toilette. Geht das ja noch. Bombensichere Toilette. Ich werd's nie vergessen. Wuuu. Nehmen wir erstmal den Magneto-Stick. Ich hab keinen Magneto-Stick. Ich hab keinen Magneto-Stick. Ey, das ist eindeutig zu wenig Schottis. Irgendeiner kriegt immer die Shotgun und einer kriegt immer die Scout. Und der Rest muss hier am Hungertod nagen. Ich hab ne Shotgun. Ja, ich hab ne Galil. Aua, 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 aua. Oh! Wir können ja mal den Traitor-Raum frei für alle machen. Sollen wir jetzt den öffnen jetzt, oder was? Ne, diesmal kann ich das nicht mal. Kannst du die Sprung? Was? Bist der gerade runtergesprungen? Ne, ich bin irgendwann im Wasser und hab da Schaden bekommen. Ich weiß aber nicht, wovon. Achso. Vielleicht kann der Traitor da irgendwas machen. Anmachen oder heiß machen. Sein Kopf guckt drauf. Strom, oder? Nur weil ich so nen Wasser-Kopf hab. Yes, combo later. Nur weil ich so nen Wasser-Kopf hab. Ey, Vita, hast du da ne Bombe grad oben gelegt? Zwei Stück. Eine vorne, eine hinten. Heilige! Boah, wer ist da die Heilige? Boah, wer war das? Nein, wer war das? Wer hat die Heilige geworfen? Da, Lukard, war es. Okay. Warum sollte es Nefias sein? Weil Nefias gerufen hat, Discomp you later. Ja, und danach flog noch eine. Und ich dachte, das wär auch eine Discombo, weil die nicht angekündigt wurde. Wo ist der Detective? Lebt er noch? Er lebt noch, ja. Kannst du mich heilen? Ne, kann ich nicht. Warum denn nicht? Kannst du mich heilen? Grand Theater? Abdullah Card. Leute, Vita ist der andere. Kannst du mich heilen, Detective? Warum? Geht nicht. Weil der Traitor hinter Nefias rum die ganze Zeit. Ja, ja, weil ich denke, dass Nefias es ist. Soll ich dir mal nen Trick zeigen? Zeig mir mal nen Trick. Ey! Nefias! Alter! Also bitte! Wow! Das war ne Bombe! Oh! Okay, dann glaub ich doch nicht, dass es Nefias ist. Kann ihn nicht identifizieren, aber ich denke mal, es ist... Grand, dann ist es Krabs. Ja, ja, dann ist es Krabs. Krabsi, wo bist du? Komm, wir sind alle fast tot. Hast du Leiche spielen mit uns? Ich hab ganz viel Schaden bekommen. Ich hab... Es ist kaputt hier! Wo ist Marv's Leiche eigentlich? Ah! Hier! Hätten wir das auch geklärt. Danu lebt wieder! Danu lebt wieder! Ich schlag so'n Quatsch! Jetzt mal aufhören mit dem Scheiß hier! Oh! Kann die sich in den Traitor-Raum verpizzen. Oh, ich bin gerade untergesprungen. Ich hab's erst noch probiert, ob der Detective mich vielleicht heilt. Ich wollte noch seine Identität klauen, wenn wir da früher wieder rausgekommen wären. Ey, ins Wasser reingesprungen, dann seh ich die Bombe da an der Wand. Ich hab die Bombe an die Wand geheftet. Da sieht da ja auch kein Schwein da drunter, das verpackt. Aber unser Wasser ist voll geil aus. Dann musst du dir vorstellen, so blub, blub. Wie heftest du die Bombe denn an die Wand? Mag ich nicht, das ist mein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis mehr, Craps. Das mache ich auch ständig. Rechtsklack! Oh man. So, letzte Runde, ne Leute? Das sah so geil aus! Das war halt die Bombe. Da du versuchst, die irgendwo anzuheften. Und wie viel gibt's so ne Witze? Noch drei Minuten, also noch zwei Runden werden's. Hast du schnell mit zu handeln? Drei Minuten? Und hier ist irgendwo der Traitor-Room, ja? Du sollst dir den Zeichen im Traitor brauchen. Bin bei Craps, bin bei Craps. Wenn der jetzt aufgegangen ist, ist einer der da drin ist Traitor. Ne, die kannst du auch von weiter weg öffnen. Kannst du auch wieder von überall aufmachen. Wegen es ist ein Geschwachsinn zu sagen, der der direkt davor steht, der ist es. Ja, aber wer da rein rennt, ohne was zu sagen... Ja, okay. Ja, ich geh da jetzt rein und hol mir jetzt ein paar Waffen, Leute. Vor mir stehen alle dahinter und sagen noch Marf und Marf so... Ich geh da jetzt rein und dann... Ja, der sagt doch... Oh, das ist jetzt aber scheiße. Ich bin ich hier auf einmal drin. Ich fand's in dem Moment gar nicht so schlecht. Die machen hier Köpper vom Dreier, ey. Ich will auch. Lachköpper. Ey, das sieht immer aus, als ob irgendjemand dabei stirbt, weil die... Ich geh da weg. Ne, ne. Außer man hält Space open. Einer hat gejutscht hier. Ja, gejutscht. So viel Luft im Bauch, ich ging nicht unter. Moment nochmal. Jetzt. Und die Waffe, das sieht echt so aus, als ob man dabei stirbt. Ey, das spielt jetzt auch cool. Das ist ja auch geil, weißt du, so... Zack, siehst du nicht mehr und dann kommt da irgendwo anders raus. Okay, Dalu hat ein Shuriken nach mir geschmissen. Ansichtbar. Dalu hat nach Granate nach mir geworfen. Du hast mir denn das gaut? Dalu hab ich den Benching geschlafen. Ja, wenn du ein Shuriken... Marv ist es, er hat die Flare Gun. Marv, Marv ist der andere, der hat die Flare Gun. Marv ist der andere, der hat die Flare Gun. Crabs und Dalu ist auch irgendwo noch. Oh, wie ist denn jetzt hier? Quenz, nein. Boah, ich musste noch identifizieren. Ey! Wo seid ihr? Also Dalu und Marv, ja? Dalu nur noch. Außer er hat Marv wieder gefunden. Er hat die wahrscheinlich gefunden, weil er lässt die nicht blicken. Fläb wieder. Och, Manu. Das leben leider noch zu viele von euch, ey. Das geht mir auf den Sack. Boah. Es ist mir schon ein bisschen leid. Ich finde... Das sollte ich auch. Weißt du, wie das klingt? Mige, Mime, 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 Mime. Mime, Mime, Mime. Ahh crap! Nee, das ist nicht Crap. Ahh, nein! Ich finde das schon ein bisschen blöd. Da liegt übrigens ne Bombe neben deinem Raub. Crabs, lebst du eigentlich noch? Nein, das war ich, denn ich ensure detention war. Oah, echt? Ja, ja. Ich wollte nur gucken, was da so abgeht, und dann habe ich mir gedacht, ach da steht so ein Tower. Ich kacke von dir. Ja, ja, ja. Wo ist das Leben? Also egal, wenn ich hier reinkomme, ich erschießen einfach. Nein! Oh Gott, Dalu, Alter. Ernsthaft? Läuft der in die Beertrap, ey. Oh mein Gott. Der er übrigens selber gelegt hat, muss man dazu sagen. Ich hab ihn halt in den ersten drei Sekunden gelegt und such die Leichen. Und dann geh ich in den Raum rein und geh sofort wieder raus. Weil ich dachte, komm, nein, bitte. Todesursache ist geil. Jetzt letzte Runde. Ich kam auch noch aus dem Raum raus, grinst noch so. Auf einmal bleibt er stehen. So, nein, warum? Bitte nicht. Beweg dich. Ey, scheiße auf den Fuß, lauf weiter. Mach ja ab, Dalu. Ich zieh auch noch da rüber. Dann kann ich mir das noch mit dem Fuß schwer haben. Den Fuß werfen. Als Ablenkung. Mit Falle, ey. Ich hab den Fall. Ist noch so eine Granate in den Stumpf gesteckt. Was the fuck, ey? Ein bisschen Planet Terror, wa? Ey, sag du, was war das? Hey. Irgendwer da jetzt oben ist er auf mich geschossen. Und er ist runtergesprungen. Nein, er ist noch hier, er ist. Ich bin noch hier, aber ich hab nicht auf dich geschossen. Du bist aber grad auf mich geschossen, klar. Und bist dann schnell hochgelaufen. Ja, ganz schnell. TNT. War mein Ziel. Voll drauf geschossen. Und voll verfehlt. Na, du Lockhart? Wollen wir ein bisschen Bowling spielen hier? Zack. Oh, er schießt nicht rein. Er schießt nicht rein. Er schießt nicht rein. Was siehst du? Ja. Disco. Gibt schon Verdächtige. Marv hat mich angeschossen. Ja. 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 Ja, Grenze läuft dann Marv vorbei. Dann... Dalluk hat angeschossen. Nein, Nephiass. Nein, Nephiass. Er schießt ja auf wen eigentlich? Nephiass, er schießt ihn. Ich warte einfach. Oh Mann! Confirm, Nephiass oder stirb. Ich wollte... Oh, Crad schießt er auf mich, obwohl ich die Deck gefreut. Ja, du hast auf mich geschossen. Was ein Scheiß. Du hast auf mich geschossen, Drills, als erstes. Ich weiß, aber aus Versehen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao. Tschüss.